Weinankauf ist Vertrauenssache verbunden mit viel Trinkerfahrung. Das gilt vor allem bei reifen Weinen. Uns ist es deshalb wichtig zu wissen, in welcher Genussphase sich ein Wein befindet. Und nur weil ein Wein reifer wird, wird nicht jeder Wein besser. Weine, die jung schon sehr gut schmecken und große Weine sind, werden zu großen, reifen Weinen. Ein Wein, der eigentlich gemacht für junges Genießen ist, sollte auch jung getrunken werden. Wir beim Weihwein versuchen, beides abzubilden. Bei jungen Weinen, ganz egal ob aus Österreich, aus der Burgund oder aus Bordeaux, fahren wir vor Ort und verkosten die jungen Weine teilweise vom Fass. Reife Weine, wie hier eine Comtesse 82, einer unserer Lieblingsweine, verkosten wir bei unseren Masterclasses oder bei privaten Weinproben, um zu wissen, wie der aktuelle Status ist. Bewertungen und Weinbeschreibungen von Kritikern, die älter als fünf Jahre sind, haben für uns keine Relevanz mehr, weil der Wein kann heute ganz anders schmecken, als ein Kritiker ihn vor fünf, zehn, manchmal vor 15 Jahren empfunden hat. Umso wichtiger ist, dass wir die Expertise haben und die teilen wir gern mit euch. Vielleicht rufen Sie uns an und reden wir über die Weine, die Sie interessieren oder kommen Sie noch besser bei unserer Winothek in Wien vorbei. Und wir freuen uns auf Ihren Besuch.